Möchten Sie mit Ihren Fischen etwas Besonderes erleben? Dann gönnen Sie ihnen doch einmal einen echten Leckerbissen. Futtertabletten sind nicht nur etwas für Wälse. JBL NovoTab zum Beispiel ist für alle Fische ein echter Leckerbissen. Entfernen Sie zuerst die Siegelfolie, die das Futter vor Licht und Luft schützt. Dann haben Sie die Wahl. Lassen Sie die Tablette einfach zu Boden sinken. Schon auf dem Weg zum Boden schnappen die Fische gierig nach den frei werdenden Futterpartikeln. Am Boden kommen dann Ihre Wälse zum Zug. Ihr guter Geruchssinn führt alle Wälse zielgenau zur Futtertablette. Sie können die JBL NovoTab Futtertablette mit leichtem Druck auch von innen an die Scheibe heften. Die JBL NovoTab sind besonders für Allesfresser im Gesellschaftsaquarium geeignet. Für Pflanzen und Algen fressende Fische gibt es JBL NovoFact. Auch hier nur kurz anpressen, die Tablette haftet dann von ganz alleine. Diese pflanzliche Futtertablette wird besonders von den ganzen Lebendgebärenden, wie Platis, Guppis und Schwertträgern geliebt. So haben Sie Zeit, Ihre Fische einmal ganz in Ruhe und aus der Nähe zu beobachten. Auch kleine, etwas scheue Fische bekommen etwas ab. Sie schnappen sich einfach gelöste Futterpartikel aus dem Wasser. Man sieht genau, dass es den Fischen wirklich schmeckt. Für algenfressende Wälse hat JBL ein ganz besonderes Futter entwickelt. JBL NovoPleco enthält auch Holzfasern, die die Saugwälse für ihre Verdauung brauchen. NovoPleco lösen sich nicht im Wasser auf. Die Wälse müssen Sie richtig abraspeln, wie in der Natur. JBL Futtertabletten – die perfekte Wahl für Ihre Fische.